Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne eingangs zu zwei Dingen etwas sagen. Zunächst zum Thema Rente. Auch in der SPD hat eine Debatte über das Rentenkonzept begonnen. Darüber freue ich mich selbstverständlich. Hauptkernpunkt dieser Debatte ist offensichtlich, ob man die Fehler der Agenda 2010 und die damals beschlossenen Rentenkürzungen zurücknimmt oder dabei bleibt. Das, was von der Troika zu hören ist, ist ein klares Nein zu Korrekturen der Agenda 2010. Allerdings gibt es Debatten in der SPD, bei den Jusos, bei den Frauen in der SPD, bei den Arbeitnehmern. Und offensichtlich gibt es auch ein Einsehen in den Ostverbänden der SPD, 22 Jahre nach der Deutschen Einheit endlich mal darüber nachzudenken, auch die Ostrenten anzugleichen. Das, was bisher vorliegt von der SPD, ist bei weitem keine Antwort auf die tiefgreifenden Probleme, auf die wir zusteuern beim Thema Altersarmut. Das, was gemacht worden ist, die Senkung der Beiträge, die Absenkung des Rentenniveaus, alles das soll im Wesentlichen Bestand haben nach Ansicht der SPD. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dann haben wir mit einem dramatisch wachsenden Problem zu tun. In der Zeit von 2000 bis 2011 ist der Anteil der Rentner, deren Rente unterhalb des Sozialhilfeniveaus liegt, bei den Männern von 3,2 auf 12,5 Prozent gestiegen, bei den Frauen von 18 auf 46,1 Prozent. Jede zweite Frauenrente ist also schon heute eine Armutsrente. Das heißt, wir brauchen keine kleinen Lösungen für große Probleme. Und das, was von SPD und CDU bisher dafür zu hören ist, ist nicht viel mehr als weiße Salbe. Die Linke hat ihr Rentenkonzept vorgestellt, Fraktion und Partei gemeinsam. Und ich will aus unserer Sicht die wichtigen Punkte noch einmal benennen. Da ist zum Ersten die Absenkung des Rentenniveaus stoppen. Das heißt, die Rentenformel muss wieder so hergestellt werden, dass das Rentenniveau mindestens bei 50 Prozent, eigentlich bei über 50 Prozent stabil bleibt. Beim Kampf gegen Altersarmut ist zwingend, dass wir eine Mindestrente einführen in der Bundesrepublik, die universell und armutsfest ist. Das heißt, sie darf nicht an Zugangsschranken gebunden sein. Sie muss für jeden zugänglich sein und sich an der Höhe der Armutsgrenze orientieren. Die Rente mit 67 gehört abgeschafft, mindestens aber ausgesetzt. Und ich wiederhole es noch einmal, die Renteneinheit muss 22 Jahre nach der deutschen Einheit hergestellt werden. Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist das Thema Umverteilung. Seit die Zahlen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht öffentlich geworden sind, haben wir wieder eine Debatte zu dieser Frage. 10 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik gehören 53 Prozent des Vermögens und 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger teilen sich ein Prozent des Vermögens. Diese Ungleichheit hat mittlerweile jedes menschliche Maß überschritten. Was wir aus der Koalition hören, ist allerdings Streit über diese Frage. Nun kann ich verstehen, dass Herr Rösler sehr viel Wert darauf legt, sein eigenes Klientel zu bedienen. Allerdings, wenn er die Fakten anerkennen würde, dann wäre es auch seine Pflicht, schnellstmöglich etwas Sinnvolles zu tun. Etwas Sinnvolles zu tun ist nicht unbedingt die Eigenschaft von Herrn Rösler, aber vielleicht überrascht er uns ja noch und auch die Kanzlerin ist im Moment keine Hilfe in dieser Frage. Wir haben immer sehr deutlich gemacht, worauf es uns ankommt. Wir wollen den Spitzensteuersatz anheben auf 53 Prozent, also das Niveau, was unter Helmut Kohl schon einmal galt. Wir wollen darüber hinaus für Großverdiener bis zu 75 Prozent und wir bestehen auf einer Millionärsteuer von fünf Prozent für alle Einkommen über einer Million Euro. Am 29. September ist in der Bundesrepublik bundesweit Aktionstag umverteilen. Die Linke ist Unterstützer dieses Aktionskreises. Wir werden unsere Mitglieder überall in der Bundesrepublik unterwegs sehen, bei den Aktionen, bei den Demonstrationen und Veranstaltungen in Berlin, hier in Berlin, in Bochum, Köln, Frankfurt am Main, Hamburg und anderswo. Zum Schluss eine Bemerkung. Wir haben heute hier eine gemeinsame Beratung des geschäftsführenden Parteivorstandes mit dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand der Bundestagsfraktion. Es ist das erste Treffen dieser Art seit dem letzten Bundesparteitag. Wir sind uns einig darin, dass die drei Monate, die hinter uns liegen seit dem Bundesparteitag, gute Monate für die Partei waren. Die Partei ist deutlich besser aufgestellt als vor dem Sommer und ich glaube, dass wir sagen können, dass wir zu Beginn dieses Herbstes dabei sind, die Meinungsführerschaft in der Opposition, SPD und Grünen wieder streitig zu machen. Ich wünsche mir natürlich auch als Wahlkampfleiter, dass wir diesen Weg weitergehen ins nächste Jahr. Herzlichen Dank. Vielen Dank.